We're ready for anything Weil ich ja ganz lange keins mehr gedreht habe Und ich habe gedacht, ich habe jetzt mehr Abonnenten Und vielleicht wissen viele Abonnenten gar nicht so viel von mir Und deswegen dürft ihr mal Fragen in die Kommentare schreiben Und je nachdem wie viele das sind Überlege ich mir dann, wann ich das Video drehen werde Ja, aber es kommt auf jeden Fall eins Und genau, das ist jetzt halt das Video, wo ich euch dazu auffordere Mir ein paar Fragen zu stellen Könnt ihr auch gerne bei Facebook oder Instagram machen Die Links sind auch unten in der Infobox Guckt da mal rein Und dann würde ich einfach mal sagen Das war's dann erstmal für dieses Video wieder von mir Und wir sehen uns in meinem nächsten Video Macht's gut, tschüssi ihr Lieben